Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist so ein kleines Video wo ich einfach mal meine Zeitung, äh, meine Route vom Zeitrausstagen zeige. Einmal fange ich hier in der Straße an, da ist jetzt zurzeit Baustelle, seit dieser Woche keine Ahnung, was die da machen. Auf jeden Fall, ja. Auf einmal bin ich jetzt hier in der Straße. Das ist, äh, die Straße wo Kaufland der Hintereingang ist und da bin ich einmal rum, also nicht vom Kaufland, sondern anders, den anderen Block. Ja, ich melde mich später nochmal. So, von hier kann ich das mal jetzt gut erklären. Also hier hinter mir das, äh, bis dahin das Haus. Und hier die Straße runter, ganz runter. Und, äh, da die zwei Seitenstraßen rein. Und, ja, das ist halt dann, äh, muss ich mal in eine rein. So, ja, keine Ahnung, wie ich es erklärt soll. Auf jeden Fall gehe ich da jetzt nur in die Seitenstraße rein, dann habe ich die Seite jetzt schon. Dann laufend finde ich einen kleinen Gang da rein. Ja, das zeige ich euch dann gleich. So, Leute, wie gesagt, ich bin jetzt noch mal den kleinen Gang da bei Kaufland, den kleinen Gang da, falls ihr das kennt, ähm, reingelaufen. Also hier die Straße natürlich. Und dann, ähm, da lang, da lang und so hoch. Die, die, das Kreuz, sag ich da mal. Ja, aber wirklich, ich meine, auf jeden Fall, ja. Ich mache immer erst mal, ähm, so gerade durch und links runter. Dann laufe ich da mal in einem anderen Stück noch und dann komme ich so wieder runter und mache die Hälfte und dann, ja, werdet ihr dann noch sehen. So, Alter, hier bin ich jetzt durch. Ich, äh, laufe jetzt da rechts. Da rechts rum. Ähm, und dann da vor der Sparkasse die Straße hoch. Aber jetzt werde ich auch noch mal ganz kurz filmen. Ähm, ja. Am Ende des Videos zeige ich euch noch mal über Google Maps. Das ist ein bisschen besser. Und, ja. Also, Leute. Alles klar. Ähm, ich glaube, jetzt drehe ich so einen Weg da hoch. Alles klar. Ähm, da, wo der ehemalige Edeka war. Und, ja. Ich muss dann beim Kaufland hinten beiwauen und so noch mal. Und das zeige ich euch dann auch noch mal. Und dann wird das Video kommen, wo ich das auf Google Maps zeige. Und, ja. Bis dann. So, Astla! Der fährt einfach über den Fußweg. Dinger. Ähm, ich bin jetzt bei der VR-Bank. Da die Straße, wo gegenüber vom Bahnhof, ich muss jetzt noch hinter. Also, hinter zu Baywa. So kann ich nicht laufen. Hinten zu Bayer, das sind auch noch mal drei Häuser und dann die Straße. Und dann die Straße da hoch. Und ja, da hoch. Und ich melde mich dann wahrscheinlich. Ich melde mich dann, wenn ich zu Hause bin. Beziehungsweise kurz vor Schluss noch mal. Bis dann. So, ich habe jetzt die letzte Zeitung ausgetragen. Also ich bin den Weg da hochgelaufen. Jetzt bin ich hier bei Cannabis. Das ist die letzte Zeitung, wo ich dann reinschmeiß. Und ja, da möchte ich sagen, ich melde mich gleich wieder. Wenn ich die Google Maps euch das noch mal besser zeigen. Und ja, bis dann. So Leute, ich bin jetzt hier zu Hause und habe schon Google Maps geöffnet. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Ihr müsst auf meine Maus achten. Also, ja. Also in der Straße wohne ich erstmal. Falls ihr es noch nicht wisst. Und ja, ich fange dann hier an in der Straße. Ich laufe hier entlang. Nein. Was mache ich denn? Also ich laufe hier runter. Ich laufe den Weg. Da halt bei Kaufland den Hintereingang. Dann laufe ich so. Dann laufe ich hier den Weg hoch. Also rechts den Weg hoch. Dann bis hierher. Dann noch hier rein. Das Ganze. Dann gehe ich hier über die Straße. Hier den kleinen Weg da. Wie gesagt. Gehe ich dann rein. Mach hier die Straße. Dann mache ich die Straße. Dann gehe ich hier so runter. Über die Niedergasse. Dann gehe ich die Ansbacher Straße hier lang. Dann hoch die Adam-Hörmer-Straße. wieder hoch. Ja. Das Ganze nach oben. Dann gehe ich hier wieder runter. Mach das hier. Und dann laufe ich einfach das Stück wieder runter. Auch wenn ich es schon gemacht habe. Und dann muss ich hier lang. Da das kleine Stück hier mit. Dann halt hier Bahnhofstraße. Aber da ist eh nur die VR-Bank. Mehr nicht. Dann muss ich noch dahinter. Ja dahin. Die drei Häuser da oder. Ja das hier. Hier. Ne das ist. Hä? Bin ich jetzt doof oder so? Und. Das ist die Baywart-Tankstelle. Ja dann sind das die zwei Häuser. Wo ich nochmal. Dann die Dönerbude. Das tue ich auch beliefern. Und dann noch die Straße hier hoch. Also. Neben Kaufland. Die Straße hier hoch. Bis zum Cannabee. Und dadurch dann meine letzte Zeitung rein. Und ja. Und ja. Und dann laufe ich halt wieder hier. Entspannt zurück. Nach Hause. Und ja. Also. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Habe mir gedacht. Ich nehme euch einfach mal mit. Meine Route ein bisschen zeigen. Und ja. Dann. Wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Und. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Video. Haut rein Leute. Und Peace. Tschüss.